Hallo, ich bin Niko Pazak, das war jetzt auf dieser Kanal, ich fahre jetzt dann nach Düsseldorf, auf dem Weg nach Düsseldorf mache ich dann Bilder, von Kehl bis Düsseldorf, da fahre ich mit dem Fernbus und da mache ich Bilder, unter anderem Straßburg, Köln und natürlich auch Düsseldorf, da wo ich in den nächsten drei Tagen mein Wochenende verbringen werde. Viel Spaß. Vielen Dank. So, jetzt bin ich in Düsseldorf, ich hoffe es hat euch gefallen und morgen geht es dann weiter.